Uh, meine Lieben, da bin ich mal wieder. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, was ich mir noch gekauft habe, bevor es in die Reha ging. Das Video wird wahrscheinlich für euch erst später zu sehen sein. Ich will ein paar Videos jetzt auf Vorrat quasi hochgeladen haben. Die stelle ich aber noch nicht frei. Also sie sind zwar hochgeladen und fertig, aber noch nicht für euch ersichtlich auf meinem Kanal. Die werde ich dann nach und nach freigeben. Einfach für den Fall, dass ich jetzt während der Reha keine Möglichkeit habe zu drehen oder Videos hochzuladen. Dass ich dann ein bisschen auf Vorrat was habe und immer mal was quasi für euch parat habe. Einfach freigebe und ihr euch das dann anschauen könnt. Damit es nicht ganz so ruhig ist, habe ich mir gedacht. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich da irgendwie für WLAN bezahle oder... Mal gucken. Dann kann ich natürlich auch währenddessen drehen. Also ich war im Kedi und im Kik. Bei Kik habe ich jetzt nichts weiter gefunden. Die hatten weder Sticker noch irgendwas anderes. Keine Blöcke, kein gar nichts. Also was Bastelsachen anging, sind die recht enttäuschend gewesen. Ich brauchte aber noch ein paar Schuhe für die Reha, ein paar leichte. So für den Hallensport oder generell Sport oder Gymnastik stand auf meiner Liste drauf, dass ich welche brauche. Und ich habe sonst nur meine Turnschuhe, die ich aber schon auf der Straße getragen habe und wollte mir jetzt auch nichts Großartiges mehr kaufen. Und habe dann beim Kik durch Zufall diese entdeckt. Die fand ich ganz hübsch, sind leicht, mit Steinchen, ganz schick. Habe ich die mitgenommen, probiert, passen auch. Kosten 6,99 Euro. Wird reichen, denke ich mal, dafür. Und man kann sie auch hinterher noch tragen, wenn es schön Wetter ist. Dazu sind die okay. So, mal zur Seite. Weil Schuhe auf dem Tisch gibt Ärger, wie man immer sagt. Dann kommen wir zu meinem Einkauf von Teddy. Es waren zwei verschiedene Teddy, in denen ich war. Im einen, in Berlin Marzahn, was nebenan von Action auch ist, habe ich ein bisschen gestöbert. Zuerst habe ich das hier gefunden. Das ist eine kleine Schaufel, ein Eisportionierer und zwei Eiswaffeln. Kostet 1 Euro. Das musste ich für meine kleine Nichte mitnehmen. Wir waren letzte Woche mit ihr auf dem Spielplatz gewesen und da waren ein paar Mädels, die hatten sowas in der Art halt mit so die Eiswaffeln und sind rumgegangen und haben gesagt, möchte sie ein Eis essen und das fand die Kleine dann so toll, dass sie dann hingegangen ist und sich die Förmchen von den größeren Mädels mobsen wollte. Beziehungsweise, sie wollte es nicht mobsen, sie hat es gegen irgendwas von ihren Buddelsachen austauschen wollen. Sie hat was von sich hin getan und was anderes mitgenommen. Fand ich total putzig und als ich heute dann beim Teddy vorbeiging und hier diese Eiswaffeln gesehen habe, so als Buddelförmchen, habe ich gedacht, das muss ich mitnehmen. Die Kleine freut sich, da kann ich sie wieder schön buddeln. So, dann bin ich natürlich auch rein und wie soll es anders sein, habe natürlich erstmal ein paar Bastelsachen geschaut und auch einiges wieder entdeckt. Fangen wir mal mit den Perlen an, die ich mitgenommen habe. Ich habe ja letztens euch welche gezeigt, ich habe sowas schon in grün und in lila mitgenommen. Jetzt habe ich heute mal das noch in schwarz gefunden. Sieht man das? Ich blende etwas. Also die sind schwarz und haben so ein bisschen weiß und goldene Kleckse, Streifen, wie auch immer drauf. Sind unterschiedliche Größen. Hier sind auch ein paar so größere oder längere dabei. Aber mir war immer wichtig, dass es hauptsächlich auch oder einige runde Perlen auch drin sind, die ich dann für Engelchen oder so was oder Anhänger gut verwenden kann. Die fand ich ganz schick und schwarz, mögen ja auch einige. Und da dachte ich, nehme ich die mal mit 24 Gramm, also steht jetzt keine Stückzahl drauf. Aber die Pakete kennt ihr sicher für einen Euro. Es gibt noch diverse andere Farben, aber ich habe jetzt nur mitgenommen, was mir wirklich gefallen hat. Dann habe ich hier noch entdeckt, die sind so türkisgrün, wie so marmoriert sehen die aus. Da haben wir jetzt also vier große Flache, eine so große Runde und die anderen normale Perlengröße. Ich weiß nicht, ob das sechs oder acht Millimeter sind, würde ich sagen. Das täuscht im Bild ein bisschen. Aber ich fand die Farbe halt wunderschön. Da habe ich die auch nochmal mitgenommen. Und dann die rote Variante. Die sind jetzt so wie die lilanen, die ich im letzten Video gezeigt habe. Und zwar haben die so einen metallischen Glanz. Man sieht das, glaube ich, wie das schimmert. Und dann so weiß Striche gemustert. Dann sind auch ein paar bei, die sehen aus wie so kleine Diamanten hier unten. Fand ich ganz hübsch von der Maserung und vom Schimmer her. Also mussten die auch noch mit. Es gab jetzt, glaube ich, noch irgendwas so ein Weiß-Silber oder Grau und was Gelbliches. Aber die haben mir so gar nichts zugesagt. Dann habe ich mitgenommen, da habe ich schon öfter mal geschaut, die finde ich ganz hübsch. Aber die gab es bei uns immer nur in grün. Und ich finde grüne Rosen schrecklich. Die Blätter und die Stiele sind grün, aber doch nicht die Blumen selber. Also habe ich sie einmal heute in rosa mitgenommen. Die sind auch selbstklebend, haben so einen kleinen Klebepunkt. Rosen. Aus Metall, 20 Stück in rosa für 1 Euro. Und einmal hier, das ist auch so eine schöne Farbe, so ein Türkis-Blau. Die mussten dann auch einmal mit. Aber hauptsächlich gab es auch da wieder nur die grünen. Dann habe ich mir heute mal ein bisschen was Goldenes mitgenommen. Das finde ich immer schwierig, aber Tee, die hat ja zurzeit so ein bisschen was Goldenes. Und zwar sind das hier fünf Stück Anhänger, 1 Euro. Die Päckchen kennt ihr sicherlich. Und da habe ich dann einmal hier die Schmetterlinge mitgenommen. Ich finde es allerdings schade, im Vergleich zu den silbernen Charms, die es gibt, sind die recht groß. Die hatten noch Libellen, aber die waren noch größer. Und hier die Schlüsse, die sind auch nicht so klein. Aber die fand ich ganz hübsch. Und da ich auch mal so ein bisschen was Goldenes brauche, habe ich das mal mitgenommen. Und dann habe ich hier einmal so eine Kette mitgenommen, 50 cm. Die gab es auch noch in verschiedenen anderen Längen, dann für 1,25, 1,50 und aufwärts. Ich glaube, das ist 2 Euro. Aber ich habe jetzt mal die kleine 50 cm genommen. Ich finde die ganz schön. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, ein leuchtendes Gold. Also nicht so ein dunkles, kein Antikgold, sondern so ein schimmerndes. Und das ist wie so eine Kugelkette, das sieht man hier, glaube ich, ne? Aber die ist schön fein und ich dachte, da kann ich mal ein bisschen mit rumprobieren und schauen, ob ich da was Schönes draus zaubern kann. Es gab allerdings auch wirklich nur die Goldene in verschiedenen Längen und auch keine Armbänder. Ich habe bei der lieben Nicole von Kanal Very Important gesehen, dass sie auch Armbänder hatte und ich glaube, die Kette, die sie gezeigt hatte, war auch Silber, wenn ich mich nicht irre. Aber da gab es halt nur diese goldenen Ketten. Das kommt vielleicht noch, ist noch ganz neu. Dann musste einmal mit hier so eine Bastelzange. Ich habe zwar für meine Sachen schon Schmuckbastelzangen, die ich vom Xenos hatte, beziehungsweise auch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Aber ich habe immer das Problem, gerade wenn jetzt die Kettelstifte oben nur noch so ein kleines Stückchen haben, also ziemlich vollgepackt mit Perlen und so weiter sind und man dann eine Öse biegen will, dass mir die Zange einfach, diese runden Teile zum Öse biegen, dann zu dick sind und ich gar nicht mehr bis rumkomme, wenn ich quasi durch den Ring da greife. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu erklären. Aber ich fand das gut, weil die halt wirklich winzig ist und die sind schön schlank hier, die greife an der Zange, die runden. Daher habe ich gedacht, probiere ich das dann mal aus, wenn ich wirklich so einen Fall habe und mit der anderen nicht weiterkomme. Kostet zwei Euro. Ich habe gesehen, es gibt auch eine mit einem blauen und eine mit einem grünen Griff. Die eine hat dann quasi zum Abknipsen und die andere ist zum Quetschen, also wenn man sie Verschlüsse oder so mit zuquetschen möchte. Also es gibt auch drei Varianten. Wenn ich mit der gut klarkomme, mal schauen, vielleicht hole ich mir die anderen auch noch, dann hat man mal ein bisschen was Kleineres als dieser Handgroßen. Die sind ja wirklich, wenn man das so sieht, ja, schön klein. Und zwei Euro fand ich da noch okay. Dann, Charms, habe ich noch einige in Silber gefunden. Da hing heute jede Menge. Die haben anscheinend auch gefüllt. Und zwar einmal hier diese Herzchen, die fand ich ganz süß. Einmal fünf Stück für ein Euro. Die haben mir sehr gut gefallen hier. Und fünf Stück, ein Euro, finde ich noch okay, also 20 Cent pro Teil. Das ist völlig in Ordnung. Die sind auch nicht so aus Kunststoff, also so leicht, sondern die sind wirklich so wie so eine, wie steht das bei Dorian Beats, immer Zinklegierung oder so. Das ist so ein schwererer Metall. Dann mussten andere mit, hier die fand ich putzig, Totenköpfe. Also das sind, die meisten von denen habe ich glaube ich auch noch nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt neue einfach von ist. Es gab noch ein paar andere, die mir aber nicht so gut gefallen haben. Diese Schlüssel, die sind auch total goldig. Die Herzen oben. Und die sind wirklich schön klein. Also wenn man das jetzt mit den vergleichen, die sind ja doppelt oder dreifach so groß, hier die goldenen. Ich weiß nicht, warum die goldenen Anhänger im Vergleich zu den silbernen so groß sind. Finde ich schade. Ich würde da auch gerne kleinere haben wollen. Und hier, die fand ich so goldig. Kleine Schildkrötenanhänger. Die mussten dann auch mit. So, dann habe ich noch ein bisschen was Reduziertes gefunden. Das ist jetzt allerdings aus einem anderen Teddy in Hohenschönhausen habe ich das entdeckt. Ein Motivklebeband. Jetzt ist es so überklebt hier, man sieht das gar nicht. Und zwar steht hier was? Wie? 6, nee, 7,6 Zentimeter? Ja, 7,6 Zentimeter mal 3 Meter. Ich kann es ja mal hier rausholen, dann sieht man es sicherlich besser. Also so eins habe ich noch nie gehabt. Und ich fand das jetzt schön. Klar, das ist jetzt so ein bisschen zergrabbelt, aber das ist halt wie so ein Baddick oder so. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Aber ihr seht das richtig schön von den Farbverläufen. Und es ist halt pink. Das hat mir auch gefallen. Und es ist mal ein ganz breiter, 7,6 Zentimeter. So ein breites Washi hatte ich wirklich noch nie. Fand ich toll. Das kann man sicherlich brauchen. Und für 2 Euro hätte ich mir wahrscheinlich nicht gekauft. Aber für 50 Cent habe ich das entdeckt, musste das jetzt mal mit. Das ist immer ganz interessant so in diesen Krabbelkissen zu schauen. Und ich war mal neugierig. Ich wollte mal rein und gucken, ob sie auch diese Sachen haben, wie Embossing-Schablonen und diese ganzen Sachen von der Marke Craft Essentials. aber auch da schien es das nicht zu geben. Der Laden war auch sehr wirr. Also werde ich wahrscheinlich noch mal reingehen, aber ich bin da schon öfter dran vorbei und habe jetzt gedacht, jetzt gehst du mal rein. Ich meine, Pram hätte ich noch drauf warten müssen. Also habe ich es mal mir angeschaut. Dann solche. Das sind so Tacks. Also so Chipboard-Teile. Also so festere Pappe. Die fand ich ganz hübsch, weil die so im maritimen Design sind mit den Fischen und so weiter. Passt gut, wenn ich so maritime Sachen bastel. Haben mal 1 Euro gekostet, waren jetzt auf 50 Cent reduziert. Und ich glaube, ich guck mal rein, ich hatte sowas nämlich schon mal in einer anderen Farbvariante von der Marke, dass hier zwei so Bogen drin sind. Genau. Da sind zwei solche Bogen drin und die sind richtig schön, die Teile. Kann man super auch nehmen und ich guck bei den reduzierten Sachen generell immer gerne. Manchmal gibt es da auch Sticker oder anderes, was man super für Tauschpost und so verwenden kann. Da greife ich dann immer mal zu. So, und auch bei den reduzierten gab es da in der Wühlkiste Filzkreise. Drei Stück sind drin. Ein Schwarz, ein Anthrazit und ein Grau. Das ist auch das einzige Paket, was ich entdeckt habe. 1 Euro, jetzt auf 50 Cent reduziert. Aber ich dachte, wenn ich selber nichts mit anfangen kann, weil es nicht so meine Farben sind, dann kann ich es super für Tauschpost oder so verwenden. Oder ich verbastel das einfach mal für irgendjemanden, der gerne so dunkle Farben mag. Also sind die auch mit in den Korb gewandert. Und diese habe ich entdeckt. Da gab es noch ein anderes Set, das sah aus wie Partyhüte und so, aber die waren ziemlich klein und gefiel mir irgendwie nicht so. Das fand ich toll. Das sind jetzt hier, das würden, sieht aus wie Blätter, das sind halt so 3D-Teile, man sieht das hier wirklich, das sind immer so zweilagig dann. Und die blitzern auch, die funkeln. Und das unten sind halt so wie Flügel, sieht aus wie Flügel. Da kann man sicherlich, wenn man jetzt ein Motiv stempelt oder so, das rankleben, als hätte der das dann Flügel oder so. Mal gucken. 1 Euro und jetzt 50 Cent. Papiersticker, 3D, sechs Stück. Also sechs Stück, also ich sehe hier mehr als sechs Stück, das sind doch einzelne Teile, oder? 5, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Oder die zählen das immer als ein Sticker, keine Ahnung. Also sind die noch mitgewandert. Und dann habe ich hier diese Pop-Up-Sticker entdeckt. Ich bin eigentlich persönlich nicht so ein Fan von Pop-Up-Stickern. Ich weiß nicht, die sind zu dick und irgendwie unpraktisch zum Verbasteln, finde ich, für die meisten Sachen. Aber als ich diese süßen Äffchen gesehen habe, mit diesen großen Kula-Augen, die fand ich total putzig, da musste ich sie dann doch mitnehmen für 1 Euro. Aber die sind knack, 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 knack. Die sind schon echt niedlich. Seht ihr das auch so? Ah, sorry. Aber ich finde sie süß und daher musste ich sie mitnehmen. Und an diesem einen Block konnte ich nun auch nicht dran vorbei. Den habe ich jetzt bestimmt schon vier, fünf Mal mindestens in der Hand gehabt und durchgeblättert und immer wieder zurückgelegt. Obwohl es eigentlich total schön ist, weil der Maritim ist. Die Farben sind sehr schön, so Sandfarben, Blau- und Türkistöne. Das ist halt super zu diesem Maritimen Thema. Auch passt zu den Muscheln oder zu den Seesternen. Ja, wie immer 2,50 ist jetzt nicht billig, aber auch nicht teuer. Und da dachte ich, eh ich jetzt noch zigmal drum herumschleiche und mich hinterher ärgere, dass ich ihn nicht mehr bekomme, weil ich ihn nie mitgenommen habe, habe ich ihn jetzt heute mal eingepackt. Ja, das ist auch sehr schön, so mintfarben. Das ist so Sandfarben. Das wirkt wie Himmel. Das ist auch sehr schön. Das greift. Das hat so wie sozusagen Korallen drauf, ganz zartweil, sieht man das? Ja. Sehr dezent, aber sehr schön. Und das, also farblich alles passt das alles super zusammen, auch mit den Wellen. Also da kann ich wieder schön maritime Sachen rausbasteln. Dann das hier, das wirkt wie so ein, ich weiß nicht, so ein Juteband oder ein Seil oder so, ganz nahe Aufnahme. Ja, und das ist natürlich schon allein, das ist traumhaft. Die Farbe und dann mit den ganzen Seesternen drauf. Also der ist wirklich sehr, sehr schön. Da gefällt mir eigentlich fast alles von den Farben und Motiven und daher habe ich gedacht, dann nehme ich den heute auch mit. So. Und ich war etwas erschrocken, ich war vorher im Marzahn-Action drin, habe zwar einiges bekommen, jetzt nicht alles, aber ein paar Sachen habe ich schon bekommen, die ich haben wollte oder besorgen wollte für andere und habe da irgendwie 18 noch was ausgegeben und bin dann beim Teddy raus und hatte über 20 Euro ausgegeben und nur im ersten Teddy, also in einem Teddy. Ja, da habe ich schon gedacht, ne, Action siehst du, du hast wieder nicht genug da gehabt, ich würde ja mehr kaufen, aber der Teddy hat diesmal mehr zu bieten gehabt für mich. Aber egal, muss auch mal sein und ich bin ganz happy über meine Hausbeute. Also, dann geht's weiter, es kommt noch ein Action Haul, den werde ich auch gleich noch abdrehen. Bis dann, tschüss!